So, meine Damen und Herren, jetzt wird es der Rasa-Fähige. Jungle Drive präsentieren wir heute Abend, nicht der Jungle Drive. Alles denn, was zu tun, denken wir, wollen wir heute Abend natürlich auf dem Fahrstuhl präsentieren. Kutsche, erleden wir heute Abend, zwei Fahrstuhl-Spinner und zwei Vierstuhl-Spinner. Herzlichen Dank, der Ruf und Fuchs, und zeigt dir. Und wir wollen heute Abend eine kleine Ecke, die wir haben, statt Ende, haben wir auch eben von der Schild gehört. Wir werden im Start das Lug ein Zwei-Spinner, ein Vier-Spinner, zwei Tiefs. Das erste Team, darf ich Ihnen herzlich vorstellen, mit den Zwei-Spinner, gerade bei uns, wenn wir in der Ecke vorbeigefahren. Und die Team-Einstellerschaft, der Mannskater, Deutsche Meisterin, 22 und 23, bei dem Einstellern, ertert als in der Mannschaft, und Fünfter in der Einzelwählung im Gelände, bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr. Herzlich willkommen, alle und seitlich! Vielen Dank, Herr Pferde. Und den Teamkommission, der Ange- und Spielspäller, in der hessischen Landeskarte, Zweiter, bei den hessischen Meisterschaften vor diesem Jahr, Lerchenko, und im Zweiter, beim sehr gleichstelligen Eilenfeld im Wissabreich, mit über 50 Nationen, in der schweren Klasse, aus Hessen, ebenfalls, Maximilian Neus. Applaus Specht Thornton Applaus 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 Pistin Applaus 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 Sechst wieder mal nachschreiben. So, meine Güter, auf geht's, komm! Und jetzt heißt das auf und auf und auf die Stabelle vergeben. Und jetzt, meine Damen und Herren, würde ich die Stabelle vergeben, dass wir hier sein, zu der ersten Stabelle, auf geht's! Applaus 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 Die Gäste sind in der Mitte. Das Team. Und die Gäste. Und die Gäste. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben uns alle Zeitgeber. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir 4 plus 4 Sekunden. Also 315 Euro. Das war das Ergebnis. Jetzt. Das zweite Ding. Dann haben wir die Zeitgeber. Die Hessische Landeskalle. 2223. Es erweitert. Bei den 3-Männern. Im Fahrausschuss. Herzlich willkommen. Scarlett Grünwein. Auch wenn der Konkurrenz. Der Konkurrenz. Der Konkurrenz. Der Konkurrenz. Der Konkurrenz. Bei den Waffen-Löberischen Meisterschaft. Im letzten Jahr 5. Aber der Konkurrenz. Er hat die Konkurrenz. Die Konkurrenz. In der Spielklasse. Wir sagen herzlichen Willkommen. An Heiko Wackmann. So. Skalas. Vor allem. Und dann beginnt ich in die Startstreise, es geht los, die zweite Stadt der neuen Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich danke für das Vatikant Schwalz und wenn wir jetzt losgehen, mit Ihrem Anfänger, lassen Sie sich denn aus! Applaus Let's go! Applaus 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 Und wir haben noch ein paar Mal aus uns, auf die E-Mail-Mail-Post, von uns Maximilian Öl. Und seitlich, und seitlich, wie man es, wie man es geht, wie man es geht. Vielen Dank. Danke schön, unser Fahrrad macht gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön.